Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt Don Star von 16 bis 18 Uhr bis europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net Mein lieber Freund, schau nach wie Geld geschöpft wird also. Wie Geld entsteht und sieh an, was über unseren Köpfen eigentlich besteht. Du wirst hier von uns ausgebildet, sodass du funktionierst und doch nicht damit du die Geldschöpfung studierst. Schau nach wie Geld geschöpft wird also. Wie Geld entsteht und sieh an, was über unseren Köpfen eigentlich besteht. Du wirst hier von uns ausgebildet, sodass du funktionierst und doch nicht damit du die Geldschöpfung studierst. Du zahlst deine Zinsen nicht für geliehenes Geld, sondern für Geld, das erst durch Kredit geschaffen wird. Doch es ist unmöglich, von dem, was man selbst erstellt, mehr zurückzubekommen, als es faktisch gibt. Geld wird immer erschaffen, indem Kredite vergeben werden. Die Gesamtheit aller Schulden kann somit niemals einer tilgen. Nur um dieser Strukturen willen verschuldet sich der Staat, seit sich durch Volksbedarf nicht mehr ausreichend Kredite bilden. Du wirst hier von uns ausgebildet, sodass du funktionierst. Und auch nicht, damit du die Geldschöpfung studierst. Wink News Radio, ohne Blatt vor dem Mond, ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, mitteleuropäische Zeit, mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und viele mehr on Air. Hereinhören, mehr unter www.wink News.net